Ja, willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Berliner und wir spielen wieder Assassin's Creed. Wie wir letztes Mal hatten, haben wir versucht, diesen Gauner zu erwischen, der uns ja dann hypnotisiert hat, dass wir auch einen Diebstahl begehen. Was natürlich nicht so schön war, muss ich sagen. Aber naja, da sind die in Charles Dickens Erinnerungen. Das machen wir gleich noch weiter, da wir das ja aufklären wollen. Er hat uns ja dann zum Clown verleitet. Und daraufhin sind wir im Knast gewesen und Charles Dickens hatte so viele Kontakte, dass er uns ja rausgeholt hat. Und dann schauen wir mal rein. Ja, übrigens, gebt mir doch einfach mal eure Meinung zu Assassin's Creed oder überhaupt zu der ganzen Reihe. Ob ihr zu den Leuten gehört, die die ersten Versionen besser fanden oder ob sich das immer mehr gesteigert hat. Oder ob ihr halt enttäuscht sind von den neuen Versionen, würde mich auch mal interessieren. Schreibt einfach in die Kommentare, schreibt mir eine Nachrichtzeichen, eine PN oder was auch immer. Aber könnt ihr einfach nur Bescheid sagen. Und zwischendurch fang ich mal ein bisschen an zu mohren. Was haben wir denn da? Ach so, er ist empfohlen das Level 5. Machen wir jetzt einfach, probieren wir mal. Ich würde mich wirklich nicht erinnern, warum sie in dieser Zelle gelandet sind. Ich erinnere mich an dasselbe wie die anderen Opfer. Eine silberne Uhr, den Klang einer Glocke und eine Art Schatten. Etwas Silbernes und der Klang einer Glocke. Was, was? Ich muss sagen, sie sehen sehr müde aus. Ich bin sehr, sehr müde. Jetzt werden sie einen klitzekleinen Auftrag für mich erledigen. Jetzt los. Nicht wahr? Ich werde nun einen klitzekleinen Auftrag für sie erledigen. Sie haben mich eine Menge Geld gekostet. Also halte ich es für fair, dass ich meine Taschen mit Spenden der Einwohner Londons auffülle. Sie werden das Geld für mich stehlen, nicht wahr? Ja, ich werde das Geld für sich stehlen. Welchen nicht stehlen will? Na gut, ich muss also stehlen jetzt. Und ziehen wir uns das jetzt mal rein. Und wie sieht es aus wie ein Albtraum? Wie damals bei Unity, was ich gespielt habe. So, jetzt sind wir also ein Dieb. Weil der Typ uns hypnotisiert hat. Du klettert ja nicht. Da sind es keine Probleme mit dem Klettern. Jetzt geht's. Sind wir? Die Denkung auch hypnotisiert, oder? Jetzt. Dann werden wir mal die Aufträge annehmen von ihm hier. Das ist ein Böse für die Käse. Jean-E ohne und ich war sehr dass der ist echt nicht um zu holen ich möchte den politisten hier töten hier steht es echt bis hier mit so Wunderschön! So, jetzt werden wir mal stehen gehen Hilfe, ein Dieb! So, ich klau zwar nicht gerne, Kollege Aber ich muss dich ja bestehen Oder ich soll euch ja bestehen Nimm deine Hände weg, du Schlitzohr! So, wo muss ich jetzt hin? Da hinten wieder hin Okay, dann gucken wir mal Ach jo So, dann schauen wir doch mal Was macht der denn hier? Jetzt macht er es richtig Da ist der Werte hier an, Leute Gut, sehr gut Also, Kriminelle wie Sie sollten nicht frei herumlaufen Sie werden sich der Polizei stellen, nicht wahr? Ja, dann nehme ich der Polizei Oh, und wenn Sie das tun, werden Sie einen dümmlichen Tanz für Sie aufführen Sie haben hier einen Schrecken versetzt Sie stammelten von einem Mann namens Ezio Ezio Capelli Zwar kein Dämon, aber ein Hypnotiseur Ja Und er ist nicht einmal Italiener Ich hatte von Anfang an Hypnose im Verdacht Sie müssen den Täter finden Jo, mach ich Wie ich den finde Zack Zack, zack, berühmt Zack, berühmt So Ach, ich liebe den Superschlag Dann wollen wir uns ja mal krallen hier Echt? Glaube ich nicht, glaube ich nicht Glaube ich nicht Ja, so sieht es aus, Leute Jetzt werden wir uns mal diesen Caprese äh, diesen super Zauberer mal reinziehen und uns um ihn kümmern Mal anständig zeigen, was in England gemacht wird Entschuldigung, Lady Ja, wie gesagt, aber zu der Zeit hätte ich nicht gerne gelebt, muss ich sagen Ohne Internet, oh Gott Ja, wie gesagt Es ist mir Es ist nicht meine Zeit, Epoche Würde mir nicht gefallen Aha, der gehört wohl zu den gleichen Wergebiet betreten Oh Sie werden Schmiere stehen, während ich dieses Haus ausräume, nicht wahr? Ja, ich werde Schmiere stehen, während Sie dieses Haus ausräumen Sie werden der Glocke gehorchen, nicht wahr? Ich glaube, jemand ist hinter mir her Ja, ich werde der Glocke gehorchen Sie befinden sich auf dem Holzweg, nicht wahr, mein King? Ja, ich befinde mich auf dem Holzweg Mist Sind wir wieder im Knast Nein, das mache ich nicht Ihr solltet euch mal pissen, bevor ihr was abdreckt Blöder Hund, hättest dich nicht mal aus dem Kloster freikämpfen können Pass auf, dass mich niemand stört Hast du Schiss, dich zu zeigen? Wer jemand ist, du solltest nicht zeigen Ah, das gibt's doch nicht Nicht wahr? Ah Ja, ich befinde mich auf dem Holzweg Also muss ich irgendwie Tja, wie soll ich denn stellen? Was? Nein Tue ich nicht Sie befinden sich auf dem Holzweg, nicht wahr, mein King? Es gibt's doch nicht, ey Ich werde hier über Ja, ich befinde mich auf dem Holzweg Was? Nein Tue ich nicht Was war das für ein Geräusch? Geh und zieh nach Ja Um, um, um. Vielen Dank. Vielen Dank. Kennen Sie einen Dr. John Ellison? Hab den Namen nie gehört. Dachten Sie wirklich, dass Mesmerismus wirken würde? Was erlauben Sie sich? Ich bin Hypnotiseur! So, jetzt müssen wir aufpassen. Hier laufen unheimlich viele Bösewichte rum. Aber wir haben es. Es sieht richtig gut aus, Leute. Macht Spaß! Ja, bevor er noch während der Fahrt rausspringt, Leute. Ja, was ist denn jetzt? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ist das schiefgelaufen? Na gut. Wir dürfen niemanden entlegen von Mr. Carpenter. Oh, ich war's verbockt. Ich weiß immer noch nicht, was ich falsch gemacht habe. Ah, Misty. Oh, hier schossen. Gut. Gut. Dann wollen wir uns jetzt mal reinschneiden. Komm wieder. Ist da sonst noch jemand im Haus? Dieser verdammte Bastard ist entwischt. Lassen Sie mich los! Ja, ich bin kein Italiener. Das gehörte zu meiner Rolle. Niemand will einen britischen Hypnotiseur sehen. Ach, hören Sie auf. Ich gebe Ihnen alles, was Sie wollen. Ich will, dass Sie die Klappe halten. Kennen Sie einen Dr. John Allison? Hab den Namen nie gehört. Dachten Sie wirklich, dass Mesmerismus wirken würde? Was erlauben Sie sich? Ich bin Hypnotiseur. Aha. Gut, jetzt haben wir ihn drin. Das tut gerade wirklich weh. Oh. Mir ist so leid. Was dir das weh tut. Du bist aber ein trotzdem kleiner Gauner. Okay. Eilig. Jo, klappt gut fürs Reiten. Äh, mit der Kutsche meine ich nicht. Nicht fürs Reiten. So, Leute. Dann werden wir den noch abliefern. сяg. Ja. Ja. Ist das nicht das Haus, wo wir eben los sind? Nee, ne? Oh nee, David fährt. Klar, das ist das. Hä? Achso, doch nicht. Ich habe gedacht. Zeit, dass sie gestehen und ihre Opfer von ihrem Bann befreien. Geschafft und abgeliefert dem Chigauner. Eine Erinnerung abgeschlossen. Gut, nice. Ah, da oben. So, dann machen wir mal den Gang hier hoch. Weißt du nicht, was diese Splitter, wie gesagt, immer bringen? Ah, toll. Gar nichts. Und nur so rüberlatschen. Und darüber. Jetzt haben wir es. Nee, haben wir auch nicht. Ist egal. Na gut. Oh Gott, oh Gott. Er ist tot, er ist tot. Na gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Wenn wir erstmal heute den Cut setzen hier. Und vielleicht hat es euch so gefallen, dass ihr einen Daumen da lasst. Oder vielleicht sogar einen Kommentar noch zuschreibt. Würde mich sehr freuen. Ansonsten, baut den Tasten, vielleicht sogar ein Abo, wer weiß. Aber ist alles über euch überlassen. Also, wie gesagt, ist alles euch überlassen. Würde mich jedenfalls freuen. Ansonsten sehen wir uns mal. Oder sagen wir mal, wir hören uns. Zack. So, haben wir auch noch befreit. Das war's dann. Bis dann, Leute. Ciao, euer Berliner. Ciao, euer Berliner. Ciao, euer Berliner. Ciao, euer Berliner.